Der nasse, schwere Schnee sorgte nicht nur für glatte Straßen, sondern auch für abbrechende Äste und umknickende Bäume. Im südlichen Odenwald mussten deswegen zahlreiche Straßen gesperrt werden. In Oberzent und in Hirschhorn an der Bergstraße gab es auch Stromausfälle. Im Erbacher Tal wurde ein Haus so schwer beschädigt, dass die drei Bewohner evakuiert werden mussten. In Erbach selbst war das Krankenhaus zwischenzeitlich abgeschnitten, weil die Straßen dorthin nicht mehr befahrbar waren. Im Modau-Tal blieb ein Linienbus auf offener Straße stecken. Insgesamt zählten die Rettungskräfte weit über 100 Einsätze.